Wir sind so weit, wir haben gerade festgestellt, dass wir den Bogen ganz, ganz weit zurück machen mit dem Willi Grimm. Er ist nämlich beim ersten Openair, den wir gemacht haben, 2011 dabei gewesen. Und seitdem schon mehrere Male gekommen und jedes Mal kommt er wieder mit neuen Instrumenten und vor allem neue Menschen, andere Menschen, Männer, Frauen, die mithelfen und dieses Mal ist es der Christoph zu gut. Wir wünschen noch viel Vergnügen. Merci Dili. Macht's gut. Wir wünschen Gott. ZANG EN MUZIEK 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 Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.